Extrem bequem, schützend und leicht mit der Supernova Slim von Adidas bekommst du eine schicke Hose mit gutem Wetterschutz. Mit ihrem lässigen Schnitt und der klassischen Optik kommt auch gute Laune in deinen Trainingsalltag. Ihre größte Stärke neben dem angenehmen Tragekomfort ist ganz sicher der Schutz vor Regen, Kälte und Nässe. Hierfür sorgen gemeinsam die Climaproof und die Climastorm-Technologien. Dabei kriegt es das atmungsaktive feine Gewebe trotzdem hin, ein tolles Gefühl auf der Haut zu erzeugen, indem es die Körperfeuchtigkeit schnell nach außen entweichen lässt. Zusammen mit der speziellen Schnittführung und dem elastischen Stoff wird so viel Bewegungsfreiheit möglich, damit der Sport noch mehr Spaß macht. Weitere sinnvolle Highlights sind der breite elastische Bund, die Verstaumöglichkeit für deine Laufutensilien und die Reißverschlüsse an den Beinen Enden. Wenn dir ein unbeschwertes Gefühl und guter Schutz an nasskalten oder windigen Tagen wichtig sind, dann solltest du dein nächstes Training auf jeden Fall in der Supernova Storm Slim bestreiten. Und du bekommst sie natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach online unter www.runnerspoint.com.